In der Wüste Arizonas befand sich ein Skate-Spot, der so einzigartig war wie die Mona Lisa und so schwer zu finden wie eine Freundin für mich. Hehehehe, Omega-Lul, die Love Bolt. 1968 wurde im kleinen Städtchen Carefree in Arizona das South-Western-Filmstudio gebaut. Dazu gehörten auch zwei Infinity-Leinwände auf dem Außengelände für Aufnahmen unter freiem Himmel. Berühmtheit erlangte das Studio durch die Sitcom The New Dick Van Dyke Show und eine Reihe von Western-Filmen. Außerdem wurde der Film Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit aus dem Jahr 1989 dort gedreht. Das war dann aber auch einer der letzten Filme, der auf diesem Studio-Gelände gedreht wurde. Irgendwann Anfang oder Mitte der 80er Jahre haben die ersten Skater den Spot entdeckt, hielten ihn aber geheim, da zu dieser Zeit das Studio noch aktiv war. Es ist nicht bekannt, wer dort als erstes geskatet ist und wann das genau stattgefunden hat. Leider ist im Internet auch nichts darüber zu finden, wie dieser Spot zu seinem Namen kam. 1987 wurden die Love Boles jedenfalls in der breiten Öffentlichkeit bekannt. In diesem Jahr wurde das Video Wheels of Fire von Santa Cruz veröffentlicht, in dem ein ganzes Kapitel den beiden Boles gewidmet ist. The Love Boles is the seventh wonder of the world. Kind of like the Egyptians just left all their stuff in the desert and left this thing here for us to skate. And this is definitely a skate-guide material here. Außerdem war im selben Jahr ein Foto der Love Boles auf dem Thresher Cover zu sehen, was den Spot noch bekannter machte. Nachdem das Studio Anfang der 90er seinen Betrieb einstellte, es war anfangs sogar noch Strom vorhanden, sodass man die zwei Boles drehen konnte, um das beste Sonnenlicht einzufangen, entwickelte er sich zu einem richtigen Hotspot für Skater und BMXer. Das heißt aber dennoch nicht, dass jeder, der zu den Love Boles wollte, diese auch finden konnte. Die genaue Location war vielen immer noch ein Rätsel, da das Gelände einfach riesig war. Und so gestaltete sich die Suche nach diesem Spot für viele, wie die Suche nach dem Heiligen Gral. Wenn man nicht mit den Locals befreundet war, war es kaum möglich, den Spot zu finden. Und solche Hinweise haben auch den wenigsten geholfen. Dies änderte sich, als dann 2005 Google Maps veröffentlicht wurde und es von nun an möglich war, fast jeden Ort auf der Welt von seinem Computer aus zu entdecken. So war dann auch die genaue Location der Love Boles kein Geheimnis mehr und entwickelte sich zu einem oft besuchten Spot, unter anderem filmten hier dann auch Rune Glyphburg und Jaws mehrere Clips. Jaws kam sogar zweimal her. Und auch dieses Hall of Meat Video machte seine Runden. Mit den Jahren wurde es dennoch still um diesen Spot. Bis zum 31. Januar 2016. Auf dem Gelände brach ein Feuer aus, wahrscheinlich aufgrund Brandstiftung. Und das komplette Gelände samt den beiden Bowls musste abgerissen werden. Die Love Bowls waren bei Skatern und BMXern sehr beliebt und daher war auch die Trauer groß, als der Spot dem Erdboden gleich gemacht wurde. So etwas wie die Love Bowls wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben, da solche Leinwände ganz einfach nicht mehr gebaut und benötigt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Checkt auch gerne meine anderen Videos zu legendären Spots aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.